Ich glaube, habt ihr mich vermisst. Hä? LOL. LOL. Ich habe endlich wieder Internet, Leute. Ist das nicht schön? Ich kann endlich wieder von zu Hause streamen. Ach, das macht mich glücklich. Das macht mich wirklich glücklich. Genau, wir schalten jetzt auf jeden Fall um auf Deutsch. Sound. Wo ist denn das eigentlich? Voice, hier, ne? Nee? Nee, 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 nee. Oder muss man das vorher umstellen? Kann man das hier umstellen? Ich glaube nicht, ne? Das muss man im Launcher umstellen. Na gut. Na, wie gesagt. Wir werden Ihnen schon zeigen, wo es lang geht. Das ist das, was mich bei deutschem Voice-Acting so ein bisschen tiltet. Man hört immer hart so dieses... Ja, wie soll ich das sagen? Ich finde, das ist einfach immer ein bisschen gedrückt gesprochen. Weißt du? Man kann sagen, wir werden Ihnen schon zeigen, wo es lang geht. Oder man kann dieses... Wir werden Ihnen schon zeigen. Dieses... Wir werden Ihnen schon zeigen, wo es lang geht. So hört sich das auch immer in irgendwelchen Animes und so weiter an. Die übertreiben immer komplett. Jetzt gleich. Ich bin mit 1100 Gold Base gegangen und sie kann sich BF leisten. Na gut, sie hatte 10 CS mehr als ich, als sie weggegangen ist. Sie ist ja länger geblieben auf der Rehne. Nicht deswegen. Okay, da war gerade kein Hitbox. Habt ihr das gesehen? What? Wir hatten das gesnared gerade? Habt ihr das gesehen? Wir hatten das gesnared. Da waren auch gar keine... Hey, hab ich irgendein Setting ausgemacht? Ich seh gerade keine... Ich hab bei der Bubble nicht gesehen unter mir, wo die Bubble kommt. Ich hab gerade keine einzige Fehler gesehen, die mich gesnared hat. Was war das denn? Och ne. Ich bin ja komplett am Ende. Was mach ich denn? Das war wirklich scheiße von mir. Also das war wirklich crap. Die ist jetzt echt gefilte Dixire. Guck dich das an. Was ist denn das? Ich bin tot. Oh, das Game macht echt keinen Spaß. Guck dich das an. Was ist denn das für eine dumme Kackscheiße? Was ist denn das bitte? Hä? 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 Was ist denn das für eine Scheiße? So, warum denn? Hä? Das ist einfach... Du nimmst einfach jede... Jede Art von strategischer Tiefe, die League of Legends bietet. Und du wirfst sie aus dem Fenster raus. Du nimmst sie und isst sie einfach auf. Rotation, Mapplay, Pressure, Visionkontrolle. Alles scheißegal, wenn du fucking Yeek Lulu spielst. Du gehst einfach die Mitte runter. Und du drückst einfach alle deine beschissenen Kacktasten. Danke für die Elo. Super. Das Spiel hätte ich nicht gewinnen dürfen. Stehen... Äh... Mauer. Hä? Hm. Heute stehen nur Wins auf dem Plan. Natürlich noch auf Deutsch. Na? Na? Hallo? Hallo? Ah. Hört man mich? Perfekt. Wundervoll. Oh, der hat kein Flash. Die ist dead. Habt du mal so? Habt dich? Danna? Hast du noch was? Kio! Oh, what? Ich hasse mein Leben. Ich geh die ganze Zeit dafür, dass sie sidesteppen und die trollen mich alle. Ich mach halt gar keinen Schaden gerade, ey. Das ist ja richtig eklig. Ich weiß mal nicht, ob ich... Oh, die shit ist die schnell. Vor allem schnell tot. Okay. Keine neul. Ich weiß nicht, ob ich den Mann wie man kille. Dann das Schäden runterkommt. Ich hab mobis. Ich bin not even close, alter. Holy shit. War ja nicht mal ein Prozent knapp. Oh! Ich sag ja, nicht mal ein Prozent knapp, Leute. Also wenn was nicht knapp war, dann dieser Kill mir sage ich das nicht. Der mit dem Markt? Kannst du noch kommen? Nee. Nee. Äh! Fair. Komplexes Champion Design! Jinx, Jinx, Jinx. Oh, yes! Keine neul. What the fuck? Mein Auto-Passing ist komplett buggy, als ob da gerade ein Anibear-Wall war. Nice. Er hat 5 Ult. Nein. Hier holen wir nicht, hier holen wir nicht. Lass uns überstehen. Turm zerstört. Turm zerstört. Turm zerstört. Turm zerstört. Ja. Turm zerstört. Ja. 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 Das hat sicherlich. Sicherlich sein Vater. Nein. Komm ich rüber. Komm mal hier ran. Ich will rüberkommen. gg Aha, 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 nein. Muss ich jetzt echt flashen. Ne, musst du nicht, warum sonst? Oh, ich muss flashen. Glaube ich trotzdem tot, du bist honest. Ich hasse das immer so, das ist halt, du musst halt covern. Warte, was? Aber es ist halt trotzdem mega scheiße so. Weil wenn die kommen und du geslowt bist, musst du halt trotzdem flashen. Immer so belastend. Hey, hey, bleiben Sie bitte ruhig, Jünger Mann. Wir können den. Wenn Gott ein ADC wäre, dann wäre ich das halt. Los, 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 los. Der hat geht, der hat geht. Bis hier range in die Run-Step, kann ich vielleicht Q. Jetzt. Das war nicht gut. Oh shit. Ich hätte nicht nach vorne gehen dürfen. Oh Gott. Der macht so viel Schaden in der Time-Kent, Alter. Ja. Ist okay. Ist okay. Wir starten aber trotzdem direkt. Okay, wir feiten. Einfach alle killen. Ist okay, wir killen die alle. Wir killen die alle. Wir killen die einfach alle Leute. Feit, 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 feit. Ich weiß nicht. Hier, Karma, Karma. Karma, 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 Karma. Karma, 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 Karma. Achtung, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Jassu, Jassu, Jassu. Nee, nee, nee. Shit, 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 shit. Versuchstück halten, versuchstück halten. Oh, lol. Das ist ja komplett lächerlich. Wir haben das Game gerade verloren. Ah, trinkst du tot. Holy shit, macht der Tarm absurden Schaden. Dann ist da hinten was. Ja, ja, ist der letzte. Oh, ho, 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 ho. Wäre monströs knapp, Alter. Das war, also die Mütze ist weg. Ist ja der Profi, glaube ich. Das Problem ist, ich weiß, dass ich wieder richtig dumm sterben werde, wenn ich weitermache. Halt doch deine Maul. Das ist heiß. Ich kann das nicht spielen, ich ziehe das schon wieder. Das ist so behindert. Ich kann das echt nicht spielen. Das ist so. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Alter, ne, ich kann es nur spielen. Es geht einfach nicht. Ich zieht da viel zu hart. Ach, man. Ich weiß halt, dass ich das nicht gewinnen kann. Weil ich einfach weiß, dass ich nicht richtig spielen kann gerade. Nee, ich kann es nicht spielen. Das ist einfach so behindert, Mann. Das ist so frustrierend. Das ist einfach nur so frustrierend. Die hat wie ein Stück Scheiße gespielt. Wie ein beschissenes Stück Scheiße. Und ich kann einfach nichts machen, weil mein Körper sich sagt, oh, in einem Computerspiel eins gegen eins. Wie wäre es mit sieben Kilo Adrenalin? Was soll denn die Scheiße, Mann? Oh, nee, ey. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ich war... Ach, Mann. Das regt mich so hart auf. Ich bin 0% aufgeregt. Mein Puls ist auf 10 gefühlt gewesen. Ich konnte nur meine Hand nicht kontrollieren. Das ist so dumm. Ich sitze da und chille. Meine Hand. So, hä? Was soll denn das? Als ob ich einfach Krebs in der Hand habe. Ich verstehe es nicht. Mann, ey. Toller Abschluss. Haut rein, Leute. Tschüss. Und danke, Nico, für deinen wunderschönen Host.